Herr Ehrenberger, Herr Martin ist ein wunderschöner Arzt, muss ich sagen. Einen Moment. Hallo? Hallo? Ja, Entschuldigung, wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Äh, also Sie sind weder Ärzte noch Patienten, ne? Wir haben keine Besuche mehr, Sie sind ganz unerlaubt jetzt hier. Haben Sie den Schild gesehen? Da steht ja drauf, ganz klar und schön, Zutritt nur für Klinikpersonal. Haben Sie das nicht gesehen? Wir sind sicher reingekommen, ne? Also, seien Sie bitte jetzt so nett zum Ausgang. Okay? Haben Sie mich verstanden? Haben Sie mich verstanden? Mhm. Okay. Alles klar. Äh, Wache, bitte grüßen Sie sich über diese Tülle, Leute. Mhm.